Kein Krieg. Keine Kriege, ne? Na ja, sagen wir heute mal kein Krieg und so. In Frieden leben wir besser. Na ja, zum Beispiel die ganzen Kriege und so, dass das einfach nichts bringt, dass man mehr kommunizieren müsste. Mehr Kommunikation, Konflikte durch Kommunikation lösen. Dieses Leben ist viel zu kurz, als dass wir es mit Kriegen und anderen Dingen belasten und auch verkürzen. Wir zwei kommen vom Krieg. Wir wissen, wie es ist, Leichen auf der Straße zu sehen. Wir wissen, wie es ist, zu fliehen. Wir wissen, wie es ist, mit Sachen zu schlafen. Wir wissen, wie Krieg abläuft. Und es ist nichts Schönes. Und auch für die anderen Leute. Also einfach kein Krieg mehr. Ich glaube, dass die größte Lehre wäre, die aber viel zu sehr vernachlässigt wäre, wer zufrieden hätte. Ich glaube, dass die größte Lehre wäre, wer zufrieden hätte.